Was ist die Geschäftspartnerschaft? Gemeinsam mit meinem Vetter und einem seiner ehemaligen Arbeitskollegen unterhielt ich mal eine Geschäftspartnerschaft. Eines Tages eröffnete uns dieser Bekannte, dass er 30.000 Euro Schulden hätte. Nachdem ich mir sein Geständnis genau angehört hatte, sagte ich ihm auf den Kopf zu, dass es in Wahrheit mindestens 60.000, wenn nicht gar 90.000 Euro miese sein. Und unser damaliger Geschäftspartner räumte daraufhin kleinlaut ein, dass er sich erst nicht getraut habe, die wahren Zahlen auf den Tisch zu legen. Geht es Ihnen mit Ihren eigenen Schulden auch so? Dann lassen Sie sich helfen von meinem einzigartigen Windows-Programm, der Schuldenkalkulator. Mit diesem Programm wird es Ihnen leicht fallen, Ihre laufenden Einnahmen und Ausgaben zu erfassen und über Ihre wahren Schulden stets im Bilde zu sein. Mit wenigen Mausklicks können Sie bestimmen, welche finanziellen Optionen Sie überhaupt noch haben. So bezahlen Sie nie mehr, als Sie bezahlen müssen. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Unline.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Siecorn Gehen Sieiman Die Erfolgs-Unline.de